Haben Sie schon eine Erklärung, warum es keine sieben Tore wurden heute? Ja, das ist die Erwartungshaltung jetzt, glaube ich. Ein bisschen gestiegen. Wir haben wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, wieder von Anfang an. Wir waren sehr konzentriert und motiviert gespielt. Natürlich würde es jetzt nicht immer gelingen, dass man direkt drei Tore macht, aber das ist schon noch ein Zeichen dafür, wie wir in die Spiele gehen im Moment. Haben wir das richtig gesehen bei dem einen Freistoß? Haben Sie den Schützen mit Schnick, Schnack, Schnuck ausgewählt? Ja, ich denke, es stand 3-0, glaube ich, vor der Halbzeit und wir wollten beide schießen, den Freistoß. Und haben uns beide gut gefühlt, normal sind wir beide eingeteilt und einer von beiden schießt. Wir wollten in dem Fall beide schießen und dann haben wir es geklärt, wer den Schieß ist. Was sagen Sie denen, die kritisieren, das wäre respektlos dem Gegner gegenüber? Nein, also ich denke, das hat ja mit dem Gegner wenig zu tun, wenn wir was ausmachen in unserer Mannschaft, deswegen glaube ich nicht.